Rote-Rosen-Vorschau Folge 3869 Marte verliert bei ihren nächtlichen Besuchen in Ralfs Wohnung einen der Diamanten, Annette findet ihn am nächsten Morgen. Ralf fließt den Diamanten sofort in einem Labor testen. Kurz darauf stellt sich heraus, dass die Juwelen aus einem Raubüberfall in Kopenhagen stammten. Punkt Annette möchte, dass Marte sich stellt. Marte entkommt jedoch und verletzt Annette versehentlich. Amelie beschließt, künftig mit Jorik und Handy in Frankreich zu leben und verlässt Gunther. Gunther ist fassungslos und auch Silke übt scharfe Kritik an Amelie. Merle liest schließlich Günthers E-Mail und ist überwältigt von seiner Liebeserklärung. Unterdessen erfährt Gunther mehr über Silvio und verliebt sich in ihn. Trotzdem möchte er, dass Silvio Merle nur Trost spendet, doch Merle zückt die Zähne. Simon ist bei der Arbeit wieder gestresst. Bei ihrer Bestellung ist ein Problem aufgetreten. Daher entschloss er sich, die Produktion komplett nach Lüneburg zu verlagern. Seider ist fassungslos. Was passiert mit den Düsseldorfer Näherinnen? Hier sehen wir es im Düsseldorfer Näher. Wissen wir boden damit? Vielen Dank.